Leute, der Climax hat geschrieben, dass er einfach ein Casino aufmachen will, Leute. Ich will da hingehen. Ich will mir das ansehen. Und ich werde das Casino sofort manipulieren, Leute. Ich werde da alle Dears rausholen. Die werden mir gehören. Soll er nämlich irgendwo bei Paulberger Hilt sein? Mal schauen, Leute. Ich glaube, da werden sehr viele Leute hinkommen. Wir müssen uns ein bisschen tarnen. Meine Dear-Rüstung. Wie viel gut ist hier am Ende, Leute? Ich sag ehrlich. Aber wir haben ja noch die OP-Rüstung, die ich euch noch zeigen werde. Wow! Emerald-Blöcke, so viele? Die müssen wir eigentlich mitnehmen. Ich sag, ich lass die hier. Oh, oh. Leute, warten wir auch auf die Öffnung. Alfie, was geht denn? Jo, Max. Geht, Bro? Jo. Was geht, Finski? Hör auf Stress zu machen, okay? Willst du mixen, Ruhe? Genau. Hör auf dem Frech zu reden. Wir haben nur geredet, Bro. Okay. Finski, ich pass auf, okay? Los, Max. Mach auf. Mach hinne. Mach mal schneller. Boah, das sieht echt krass aus. Das ist jetzt halt ein Casino. Ich will meine Dias verzocken. So, ihr wollt... Yeah! Wir wollen Geld verdienen. Ihr wollt also ins Casino. Yeah! Ich schreibe noch einmal in den Chat. Casino-Eröffnung jetzt. Ihr seid die ersten Kunden. Let's go! Wenn ihr wollt, kann ich jetzt noch reinkommen. So. Oh mein Gott! Ich hab sogar noch... Ich hab sogar noch zwei Diamanten im Inventar. Und deswegen... Ja, ich hab keine mit. Ich verteil zwei Freispiele. Bitte, ich hab keine dabei. Ich hab gar keine. Ich hab auch keine dabei. Junge, du hast eine Diamantenrüstung. Ich hab gar nichts. Die ist kaputt, Junge. Wartet kurz, Leute. So, ich schenke euch allen ein Freispiele. Yeah! Ich werd Millionär! Einmal reich! Okay, okay, Alfa. Ich werde euch einmal noch ganz kurz erklären, wie die Maschine funktioniert. Hier erstmal ein Diamant für euch alle. Hey, der Zweig! Gib den her! Wir haben einen Diamant geklaut. Der hat einen Diamant geklaut! Du musst Lumex einmal geben, genau. Oh, korrekt. Okay, und zwar, ihr legt gleich hier in den Dropper einen Diamanten rein. Und dann drückt ihr auf den Knopf. Und entweder dann ist eine 50-50 Chance. Entweder ihr bekommt zwei raus, oder der Diamant ist weg. Lumex, du weißt, ihr Team, wir teilen uns die Hälfte. Also, wir haben zwei Versuche eigentlich. Ja, okay, okay. Oh, Verklang! Nur Verklang, ich will. Verklang du an. Warum ich? Du! Ja, fang an! Let's go! Einmal klein! Wir schaffen es! Komm schon! Und dein Geld ist weg. Wie? Ja, da war kein Gewinn. Wo ist mein Gewinn, Junge? Ja, komm, lass mich ran. Lass mich ran. Das ist Scam! Okay, okay, komm. Bin einfach klar! Oh, mein Gott! Auch verloren, lol! Hey! Das ist eine 50-50 Chance. Finsky, Finsky jetzt. Was soll das? Abzucke! Das funktioniert gar nicht. Wo soll das rauskommen? Jetzt sieht man ein Dispenser. Das waren noch E-Freispiele. Das geht gar nicht. Wie soll das rauskommen eigentlich hier? Ich schwör, das geht. Wo soll das rauskommen? Das kommt aus dem Boden raus. Das geht nicht. Hier unten ist der Spender. Seht ihr? Habe ich gesehen. Ich habe da Diamanten gewonnen. Hey! Ich habe da Diamanten gewonnen. Das hier, das hier. Hey, gib mir die Bühne ein. Lubex, komm wieder. Lubex! Okay, okay, okay. Ich habe die Bühne. Hey! Warte, ich habe die Dias. Ich habe die Dias. Wo sind die Dias? Hey, da war ein Casino ausgeraucht. Ja, ich habe die Dias. Hier, nimm doch. Stell hinterher, hinterher. Oh, ey, Mann. Mit so Leuten kann man echt... Was soll das? Ja! Die werden mich einbauen, Leute. Ich habe 20 Gold erfüllt dabei. Ich darf nicht drauf gehen. Schau wieder drauf, schau wieder drauf. Ah! Ich werde safe drauf gehen, Leute. Ich baue mir da eine Falle. Habt ihr es gesehen? Ich bin am Ende. So, Leute. Ich habe jetzt richtig lange gewartet. Die müssen weg sein. Ich bin mir sicher. Hey! Raus, 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 raus. Hey, Leute! Raus, raus, raus. Nein! Meine Einzins, Leute! Was soll das? Hey! Schnell, 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 schnell. Es geht auf, Leute! Hey, Leute! Ich kann das erklären. Bitte! Leute! Wirklich, das muss nicht sein! Warte mal. Meine Einzins sind noch hier. Hä? Als ob die die hier gelassen haben. Armin hat mich besiegt. Nein! Er sagt, Armin ist eine Rache. Hä? Aber die haben alles hier gelassen. Wie nett! Als ob, Leute. Schnell weg hier. Ihr habt gesehen, wie die auf mich gegangen sind. Leute, ich weiß es eigentlich verboten, sich auszuloggen. Aber mir blüht nichts anderes übrig. Leute! Es wird eine Rache geben für alles. Wirklich jetzt. Es geht alles zu weit, Leute. Lasst die Like da auf jeden Fall. Lasst es aber noch, wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, okay? Und jetzt wird es richtig krasse Action geben. Das geht mir zu weit hier, was die langsam alle machen. Das geht nicht. Das ist alles viel zu chaotisch, man. Was passiert dir? Aber, Leute, wisst ihr was? Ich habe gesehen, Kianis ist online. Und der hat auch noch, glaube ich, keinen Clan. Ich glaube, der hat seinen Clan jetzt verlassen. Das ist unsere Chance. Wir müssen ihn aufnehmen. Oh, ja, Leute. Und das werden wir auch machen. Den werde ich jetzt fragen, wo der ist, Leute. Auf der YouTuber-Insel. Ich suche den schon die ganze Zeit. Aber hab ihn... Hey! Oh, ich dachte, das wäre eine Falle. Leute, Leute. Es ist viel zu chaotisch, was hier alles passiert. Janisch, wo bist du? Ich muss mit dir reden. Ich habe nicht mal Essen, Leute. Ich dachte, die erfüllen nicht essen. Die sind zu wertvoll. Werden zu uns aufnehmen. Zwingen genauso wie Lumix. Ich meine, Lumix ist freiwillig drin, Leute. Warum antwortet der nicht? Dann, ich will mir schnell Essen bei Flauschi. Auf dem Berg. Welcher Berg? Welcher Berg soll der sein, Leute? Wollen wir erstmal genug essen? Dort, wo die 30. Brüder Base war. Okay, dann gehen wir jetzt da hin. Hört sich nochmal schnell das an. Wo steckt der? Der müsste doch hier oben sein. Komma, habe ich ihm geschrieben. Wo ist der? Hier oder auf der anderen Seite. Wo ist der? Leute, ich glaube, ich habe ihn gesehen. Warte mal, ich muss kurz rüber. Wo ist der? Ich höre ihn schon. Wie ist der? Warte? Hier ist der? Erfahl-Klan. 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 Kionis. Kionis, ich habe gehört, wie es dir geht, mein Kumpel. Was hast du gehört? Du hast aktuell schlechte Zeit. Du hast den Klan verlassen. Du wurdest im Stich gelassen. Geh zurück, Mann. Ich vertraue dir nicht, Mann. Du wirst mir vertrauen, Kionis. Es geht nicht um die Frage, ob du mir vertraust, sondern ob ich dir vertraue. Warum solltest du mir nicht vertrauen? Und warum solltest du dir vertrauen? Du musst mir vertrauen, Kionis. Guck mal. Ich habe dir gerade das Leben gerettet. Ähm, warte mal. Ich muss nicht Wasser. Guck mal, ich habe dir gerade das Leben gerettet, Kionis. Ich habe selber mein Leben gerade gerettet. Ich habe dir gerade das Leben gerettet. Guck mal, du bist wieder in Lava. Und ich habe dir schon wieder das Leben gerettet. Siehst du das? Aber warte. Ich habe dir jetzt schon zweimal das Leben gerettet, obwohl wir jetzt von uns seit 10 Sekunden kennen. Einfachstein, worauf willst du hinaus? Was möchtest du von mir? Du musst diesen Klan hier beitreten. Wir haben aktuell die schlechtsten YouTuber. Wir haben Lumex, wir haben Ente, wir haben mich. Wir haben noch zukünftige Ball, krasse YouTuber. Kionis, du bist perfekt dafür. Aber du musst mir beweisen, dass du wirklich stark bist in Minecraft. Hör mal zu. Ich sage dir ganz ehrlich. Ich bin jemand, ich werde eh in ein paar Tagen für die beste Ausrüstung haben. Das ist gar kein Problem. Auf jeden Fall besser als deine kommende Diamanten. Hey, sei nicht so frech, Mann. Ich sage dir ehrlich, ich vertraue dir nicht. Und ich weiß nicht, warum ich dir vertrauen sollte. Du musst mir vertrauen, Mann. Wem kannst du sonst vertrauen? Du hast keinen mehr auf der Insee. Du hast recht, ich habe echt keinen mehr. Du hast nur uns. Guck mal, ich komme, wo du schlechte Zeiten hast. Und ich habe dir zweimal gerade das Leben gerettet. Und ich schenke dir sogar Items. Guck mal. Boah, ich habe auf jeden Fall ein volles Inventar. Ja. Und was verspricht mir der Alpha-Klan? Wenn ich zum Alpha-Klan echt kommen sollte, was habe ich davon? Ja, mir will ich auch noch reinholen. Wir werden eine große Mannschaft. Und dann werden wir für Frieden auf der Insel sorgen. Für Frieden? Ja. Bro, wir wissen beide, dass du nicht für Frieden bist. Ich war immer für Frieden. Die anderen wollten immer Ärger. Jami, verstehst du das? Ich habe nie was getan. Ich habe mich immer so angegriffen. Ich weiß, ich muss... Ey, ich... Janis. Wie lange habe ich Zeit zu überlegen? Ich gebe dir drei Tage. Wie nur drei Tage? Hä? Auf der YouTuber-Insel ist das viel. Genau. Drei Tage hast du. Jami, wo ist Jami? Wir müssen Jami holen. Der muss auch rein. Drei Tage? Du, ich verspricht dir... Ich verspricht das mit Jami ab. Du schreib Jami jetzt. Wenn er dabei ist, überlege ich mir das. Jami, Jami! Wir klären das. Wir wollen uns. Wir sind zusammen alle. Wir können die Stärkste werden mit Jami. Jami, versteht unser Potenzial nicht. Wir haben allein ein Team. Das ist so krass. Minecraft PvP. Das spielt schon seit 2014. Ich weiß... Guck mal, Eiferstein. Das Problem ist, ich kann mich gerade nicht entscheiden. Es ist einfach so viel passiert und... Ich kann dir helfen mit dem Entscheiden. Hier. Siehst du meine Rüstung? Siehst du mein Schwert? Guck mal, wie stark das ist. Okay. Siehst du diese Burg? Geht's? Geht's? Wasser? Geht's? Wasser? Ich habe dir wieder das Ding gerettet. Hör mich zu. Siehst du diese Burg gerade? Ja. Ja. Weißt du, wer diese Burg geboren hat? Du. Und weißt du, was passiert ist? Ich wurde nicht geschätzt. Diese Burg wurde nicht geschätzt. Die Leute wollten die Burg nicht. Die Dreifachgrüder wollten die Burg einfach nicht. Was? Obwohl ich es schon gesagt habe, aber... Ich finde die voll schön. Ich habe es so getan, als wäre das meine Villa zu Lumex. Ich habe ihnen gesagt, dass es gehört mir, weil ich das so schön finde. Echt? Ja, so kann es uns gehören. Aber klar. Guck mal, mit den Bannern sieht das noch schöner aus, oder? Du willst diese Burg lieber nehmen? Ich würde die nehmen, wenn du die fertigstellst. Aber, aber was ist mit Sue und Sue? Die haben doch hier ihr kleinen... Nein, mit Sue ist zu Ende. Wir sind keine Freunde mehr mit Sue. Du weißt schon, Sue ist mein Bruder. Und ich halte zu ihm auf jeden Fall und niemals zu dir, wenn es darum geht. Du hast deinen Bruder selber verlassen. Verstehst du dich? Also willst du damit sagen, dass ich im Eiferklaren besser aufgehoben werde? Yeah. Du kriegst voll dir. Siehst du meine Ressung? Siehst du meinen Bogen? Der Bogen ist auch stark. Spür mal. Ich krieg voll dir, sagst du. Garantiert. Geh schnell ins Wasser. Okay, okay, dann... Ich gucke jetzt, was Yami sagt. Wir sind reich, wir haben alles. Uns gehört die ganze Insel. Halt zu, ich gucke, was meine Community sagt. Weil deren Wort ist mir sehr, sehr wichtig. Ich gucke, was Yami dazu sagen wird. Bis jetzt, wenn ich dir ehrlich, bin ich bei 50-50. Weil ich brauche den Clan. Die Zuschauer wissen, welcher Clan für dich am besten ist. Und zwar der Erfolg Clan. Erfolg Clan. Das wird sich auf jeden Fall nachher rausstellen. Das wird sich auf jeden Fall nachher rausstellen. Aber ey, wer ist da? Hä? Ja, mein Kumpel. Ja, das ist nicht Yami. Wer? Oh. Ähm. Er wollte uns angreifen. Er wollte unsere Burg angreifen. Wollte er nicht. Er wollte mir helfen. Yami hat gesagt, er kommt nicht, Winski. Oh mein Gott. Er ist böse. Er hat mich eben besiegt, Mann. Ich kann dir Videobeweis zeigen. Er wollte mich wirklich umhauen. Ich habe ihm nichts getan. Ich zeige dir den Videobeweis. Ich weiß nicht, ey. Das ist alles so kompliziert geworden. Das ist alles so scheiße kompliziert. Er hat alles von mir geklaut. Er wollte mich besiegen. Er wollte alle meine Items klauen. Wer? Finn? Ja. Jetzt kannst du mein Video sehen. Wirklich. Wo ist Yami, Mann? Wo ist Yami, wenn man ihn braucht? Yami, komm. Das Ding ist, Yami ist auch ein sehr, sehr teuerverbündeter Hammer-Mutter. Und er war vorher... Er ist schon wieder da. Der Verräter. Warte, bevor du ihn abschließt. Rede mit ihm. Ist okay. Ich rede nicht mit ihm. Er wollte mich einfach komplett machen, Leute. Er hat mich eben fast so fertig gemacht. Ich werde ihm nicht verzeihen, Leute. Ich werde ihm seine Tierrüstung wegnehmen. Wenn er eine hat, bald. Ich werde die vom Eigentum des Eiferglanz machen. Abstand! Mit ihm rede ich nicht. Warte, bevor du ihn abschließt. Was hat er dir getan? Er wollte mich eben besiegen, Mann. Er wollte mir alle Items klauen. Mit ihm gibt es nichts zu reden. Ich habe alles gesehen. Ich habe alles auf Video beweist. Ja, du bist auch böse. Sehr gut. Du lachst darüber. Vielleicht muss ich wirklich... Du gehörst zu uns. Du brauchst uns. Bei uns gibt es pure Unterhaltung. Wir übernehmen alles. Jeder mag uns. Aber ich kann nicht böse werden. Du brauchst gerade eine Gehirnwäsche mit mir. Nein. Wir sind stark. Guck den Bogen an. Du hast keine Wolke, Janis. Wo ist Armee? Ich werde mich auf jeden Fall nach Yami richten. Wenn Yami in den Eiferklang kommen soll, dann werde ich zu mir scheinbar. Du darfst mich ausdrehen. Nein. Hör ihn aus. Was denn? Ich habe dich nicht gekillt. Ich habe es auf Video beweist. Du wolltest mich besiegen. Du bist mit Herrn Grant mit Schwert. Ja. Ja, siehst du? Bei Candy City hast du mich angegriffen. Stimmt nicht. Was war Brezi für Lügen? Du willst mich schlechtreden. Janis, du willst mich schlechtreden. Du bist gefährlich für uns. Ich weiß nicht. Janis, Janis, wirklich. Ich kann es mir vertrauen. Ich habe nichts gemerkt. Ich habe gar nichts gemerkt. Die sind alle gegen mich. Das ist immer so. Woher weißt du, dass du aber loyal bist? Und wenn ich in den Alfa-Klan komme, dass du mich nicht hintergehst. Das werde ich niemals machen. Alfa-Klan-Mitglieder sind alle in meinem Herz gewachsen. Die sind alle meine Brüder. Gib mir, gib mir irgendwie, irgendwie. Sag, ich brauche irgendeinen Beweis. Ich brauche einen Beweis. Ich brauche einen Beweis von dir erstmal. Was für einen Beweis will ich zwar haben? Du musst was krasses schaffen. Hey, wo ist der? Find den. Junge, lass dir nicht zum Bruder. Arme. Nein. Jami, Jami, ich kann das erklären. Jami, du hast nichts gesehen. Was ist Jami? Jami, er ist ein Feind von uns. Wirklich. Jami, nicht hier. Guck mal, er wollte mich besiegen gehen. Jami, du bist da höchst Jami nicht. Digga, dein Ernst? Jami, dein Mikrofon geht nicht, Jami. Doch, doch, es geht. Jami, wir sind hier mit dir zu reden. Kiannis hat sich auch schon überlegt, in den Alfa-Klan reinzukommen. Und dich will ich auch einladen. Ich brauche dich. Ich werde niemals den Alfa-Klan joinen. Weißt du, warum? Warum? Weil du mich gerade beraubt hast mit Lumex und Endlich. Das war nur, um Eindruck zu machen. Das war extra für den Clan. Eindruck zu machen, Bro. Du hast mich einfach angegriffen. Auch wohin, als du da unten standen bei deiner Alfa-Tower. Nein. Kiannis. Kiannis, da will ich manipulieren. Glaub ihm nicht. Bro, Kiannis, er nutzt uns alle aus. Kiannis. Nein, das ist nicht dabei. Ihr müsst zu uns kommen. Ich bin nicht dabei. Ich werde deine Rüstung komplett verzaubern. Wirklich. Es tut mir leid. Es war wirklich nur, um Eindruck zu machen. Ich wollte keine Angst machen. Bei Lumex oder was? Ja. Ja, und was bringt dir das jetzt? Ich brauche so viele Kleinmitglieder, wie es geht. Dich natürlich auch. Ein richtiger Herrscher. Ein Führer. Weißt du? Warte mal. Wir haben ein Problem dahinten. Moment. Warum greifst du ihn an? Er hat ein Problem für uns. Lass dich in Ruhe, der Arme. Was macht er denn? Er macht Probleme. Einverstanden, hör auf. Wir verbreiten alle Lügen über mich. Jami, bitte. Schalte das. Jami, du hast jetzt einmal die Ball. Einverstanden oder nicht? Ich wollte dich nie wieder einladen. Du hast auch drei Tage Zeit, um dich zu entscheiden. Die anderen werden dir niemals was versprechen. Und ich bin da, um ihn zu retten. Aber, aber, äh, 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 was will ich ausnutzen? Was will ich ausnutzen? Er hat doch nichts. Da gibt es nicht auszunutzen. Ich will ihn ausnehmen wie mein Bruder. Ich will ihn retten. Warum bist du selber nicht verzaubert? Bin ich. Ich habe meine Geheimrüstung versteckt, weil ich darf die nicht verlieren. Jami, aber warum bist du auch so 30 Brüder raus? Wie steht das nicht? Bro, was haben die gemacht? Siehst du, siehst du dieses Schloss dahinter dir? Was ich angefangen habe zu bauen? Ja. Jami, Jack hat gesagt, ich soll das abreißen und wegmachen, was alles umsonst dauert. Siehst du? Die sind alle frech zu dem. Da habe ich gesagt, so, wenn hier keine Zusammenheit herrscht, so am Ende, so ich das, so weißt du, wie ich meine. Das macht gar keinen Sinn. Verstehst du das? Aber du bist, du bist sozusagen nach mir der treueste Member von Sue immer gewesen, deshalb, ich richte mich nach D-Bro. Genau. Hör me. Ich, 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 ich muss echt darüber nachdenken. Guck mal, er hat so harte Zeit und ich bin da für ihn. Ich würde ihm alles geben, wenn ich jetzt irgendwas dabei hätte. Hey, du hast mir gesagt, hör zu, du hast mir gesagt, wir haben drei Tage Zeit, richtig? Genau, drei Tage. Dann werde ich jetzt, ich werde jetzt mit Jami reden gehen und ich werde ihm bis in den drei Tagen Bescheid geben. Erfolg, 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 Erfolg. Du wirst es, du wirst schon merken, was für eine Art von Bescheid ich dir geben werde. Okay. Aber auf jeden Fall keinen Eindruck mehr schinden, ne? Weh. Nein, 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 mach ich nicht mehr. Aber jetzt hast du von dir, du hast nur eine Eisenrüstung. Ich wusste doch, der hat eine Eisenfarbe, du kannst ja unendlich viel nehmen. Alles, was ist mit dir, Mann? Lauf. Lauf, sag du doch ganz. Okay, Leute, die hauen auch ab. Oh Mann, Leute, was hast du hier die ganze Zeit? Lasst, Leute, lasst das Abo da, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Tschüss.